Inio und die Tiwak-Tochter Tinext machen sich mit der gemeinsamen Wasserstoffkooperation auf den Weg zur Net Zero. In Folge wird der Jenbacher Standort von Inio mit grünem Wasserstoff versorgt. Das wird den CO2-Fußabdruck deutlich senken. Bei uns ist es ja so, dass die gesamte Flotte H2 ready ist, also H2 ready, und unser am meistverkauftes Produkt, die sogenannte Vierer-Serie, kann eben 100% Wasserstoffvolte haben. Die Kooperation unterstützt die bereits breit angelegte Nachhaltigkeitsstrategie von Inio. Für die Tiwak ist dieses zukunftsweisende Wasserstoffprojekt ein zentrales Element der Tiroler Energiestrategie. In Zukunft sind weitere Einsatzfelder geplant. Zudem sollen überschüssige Strom- und Wärmemengen in das lokale Strom- und Fernwärmenetz eingespeist werden. Inio demonstriert hier, wie Energiewende funktioniert. Am minimizing Pok CSXP sein in diesem Moment aus dem Die Semite und Geigkeit werden in dieser Auswahl von Inio. Um nie erreichen, deutlich sind voran der quasi noch beobachte IFtechnisch und ich ziehe sie für uns nach ein alcanzes G lados d Schritten. Bis zum zweiten Mal ab Weltだから sein. An seemsnere dieестно, dass anesthesiezentration und der Tage versucht, Anussy nehmen wir räumen nach ein Ausdrucker ab mesaen gehen nach mejorar einfach direkt �umbraben in diesem Musical aus. Wasоду wollen wir aber nicht denn? Was denken uns sicher? Vielen Dank.